Hi und herzlich willkommen zu Itelio Cloud Uncovered Hands-On. Mein Name ist Raphael und in der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns damit, welche Geräte mit Intune verwaltet werden können und welche Möglichkeiten es dafür gibt. Dieses Video ist Teil unserer Serie zum Thema Intune-Grundlagen. Die Playlist dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn ihr die zukünftigen Teile nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt und aktiviert die Glocke. Microsoft Intune ist ja, wie wir inzwischen wissen, eine Lösung zur Endpunktverwaltung. Welche Endpunkte das genau sind und wie wir diese verwalten können, darum geht es im heutigen Video. Dazu habe ich auch direkt mal das Endpoint Manager Admin Center geöffnet. Da sehen wir unter dem Geräte-Tab die verschiedenen Plattformen. Wir haben der Windows, wir haben iOS und iPadOS zusammengefasst, macOS und schließlich noch Android. Kleiner Teaser, Linux ist auf der Roadmap, das kommt im frühen Jahr 2022 laut Microsoft, aber aktuell ist es noch nicht vorhanden. Wenn wir hier jetzt mal unter dem Tab Geräteregistrierung auf Geräte registrieren gehen, da werden wir relativ schnell von einigen Optionen erschlagen. Das heißt, wir haben hier bei Apple einige Optionen, vor allem bei Android sieht das nach sehr viel Wildwuchs aus und dafür ist auch das heutige Video da. Ich werde jetzt gleich einfach mal auf die gängigsten Enrollment-Methoden eingehen, die erklären und euch mal Denkanstöße geben, was wie Sinn macht und was vermutlich eher weniger zum Einsatz kommen wird. Dazu ziehe ich mal die Microsoft-Dokumentation hinzu. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und hier sehen wir die verschiedenen Registrierungsmethoden. Die beginnen hier mit iOS, iPadOS und hier sind das jeweils verschiedene Tabellen, die verschiedenen Möglichkeiten, die uns geboten werden für diese spezielle Plattform. Eine Sache, beziehungsweise zwei Sachen, die wir hier immer sehen werden, ist einmal BYOD, also das Bring Your Own Device und DEM, das ist der Device Enrollment Manager. Diese zwei Möglichkeiten sind relativ ähnlich, zumindest wenn es darum geht, wie die Geräte aufgenommen werden. Bring Your Own Device, das heißt man nimmt ein eigenes Gerät mit, es ist kein unternehmenseigenes Gerät, ist unabhängig vom Betriebssystem so gelöst, der User installiert sich die Unternehmensportal-App von Intune. Das kann aus dem Apple App Store sein, aus dem Google Play Store oder aus dem Microsoft Windows Store, meldet sich dort mit seinem Firmenaccount an und enrollt das Gerät dann quasi als eigenes Gerät zur Firmennutzung. Bring Your Own Device. Das DEM, der Device Enrollment Manager, nutzt dieselbe Methode, das heißt das Unternehmensportal, ist aber ein dedizierter Admin-User mit einer speziellen Rolle, der das Ganze dann als unternehmenseigenes Gerät aufnimmt, jedoch ohne Benutzeraffinität. Das heißt, das ist dann ein Gerät, wo kein User hinterlegt ist, sinnvoll für Kiosk-Devices, Shared-Devices, sowas in die Richtung. Das heißt, wie gesagt, Bring Your Own Device und DEM gibt es bei allen Betriebssystemen, dementsprechend sind sie auch hier bei iOS vorhanden. Bring Your Own Device macht dann Sinn, wenn die User eigene Geräte haben, die gehören nicht der Firma. Die User wollen die Geräte natürlich auch nicht zurücksetzen und die Daten verlieren. Dann macht das Sinn, dann muss einem aber wie immer bei Bring Your Own Device einfach klar sein, Ich als Admin, ich habe da nicht die volle Kontrolle darüber, was beim Privatgerät auch Sinn macht, aber ich kann eben nur beschränkt Apps verteilen, Sicherheitsrichtlinien anwenden und so weiter. Die gängigste Methode beim iOS und iPadOS ist ADE, das werden wir dann auch bei macOS nochmal sehen. Das ist das Automated Device Enrollment von Apple. Das funktioniert so, ich als Admin habe einen Apple Business Manager und kann den dann mit Intune verknüpfen und dann werden die Geräte dort automatisch aufgenommen. Kann gut sein, dass einige von euch den Apple Business Manager bereits kennen und ich finde auch, das ist so die gängigste oder die beste Option, um die Geräte wirklich voll zu verwalten, weil man als Admin dann einfach die Kontrolle darüber hat. Man kann sicherstellen, dass die User das Gerät nicht selbstständig aus der Verwaltung herausnehmen. Man kann Apps verteilen etc. Die letzten zwei Optionen sind USB Setup Assistant und USB Direkt. Die USB Varianten sind vielleicht tragbar, wenn man jetzt eine Handvoll Geräte, 5 oder 10 hat als Admin. Wenn man wirklich darüber hinaus steigt, wenn man in die 50 oder 100 der Geräte kommt, ist es irgendwann nicht mehr tragbar, alle Geräte einzeln an einen Mac anzustöpseln und so zu versorgen. Da empfehle ich dann wirklich eine andere Methode, beispielsweise eben das ADE. So viel zum iOS und iPadOS. Nächster Step ist das macOS und da nimmt sich es auch nicht viel im Vergleich zum iOS. Wir haben hier wieder die Möglichkeiten Bring Your Own Device und DEM. Läuft auch wieder über das Unternehmensportal und auch hier das ADE. Sprich, das Gerät ist in einem Apple Business Manager vorhanden und wird dann automatisiert in MyIntune mit ausgerollt. Für viele von euch wahrscheinlich interessanter sind die Windows Registrierungsmethoden. Auch hier sehen wir wieder ganz oben Bring Your Own Device und DEM. Wieder die typische Methode über den Microsoft Store, in dem Fall die Unternehmensportal-App zu laden und sich dort dann entweder mit einem persönlichen Account zu authentifizieren für Bring Your Own Device oder eben mit einem Enrollment Manager Account beim DEM. Auch das in Unternehmensszenarien wahrscheinlich nicht tragbar auf Dauer, dass da einer mit einem Enrollment Manager Account rumrennt und sich bei jedem einmal anmeldet. Deswegen gibt es natürlich auch Methoden für die automatische Registrierung. Das, was hier wirklich automatische Registrierung genannt wird, das ist das, vielleicht kennt man es. Man meldet sich beispielsweise an einem Office-Programm an oder man ist in den Windows-Einstellungen, um ein Arbeitskonto hinzuzufügen. Da wird man gerne mal gefragt, ob man das Konto in die Geräteverwaltung der Organisation aufnehmen möchte. Das ist diese automatische Registrierung. Auch das eben von einem User gesteuert, das heißt, der meldet sich irgendwo an, kriegt vielleicht diese Aufforderung. Das heißt, wirklich eine Automatisierung. Für mich als Admin ist es nicht. Ein User muss was machen, um so weit zu kommen. Spannender für mich als Admin sind die Optionen, mit denen ich meine komplette Rechnerflotte automatisiert ins Intune reinbekomme. Eine Option dafür ist das Windows-Auto-Pilot. Dazu gibt es übrigens auch eine eigene Videoreihe. Die Playlist Intune Windows Basics ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls euch das interessiert. Im Grunde genommen ist das Auto-Pilot eine Option, um neue Rechner, die ich gerade frisch gekauft habe, automatisiert ins Intune und in meine Geräteverwaltung aufzunehmen. Die nächsten zwei Punkte, Massenregistrierung und Mitverwaltung, werde ich jetzt hier nur anreißen. Dazu werden auch in Zukunft keine Videos kommen. Einfach aus dem Grund, da es etwas veraltete Technologien sind, will ich jetzt fast sagen. Sie werden von Microsoft auf jeden Fall als Legacy betrachtet. Die Massenregistrierung ist die Verteilung von Windows-Bereitstellungspaketen und die Mitverwaltung ist der Import meiner Geräte, wenn ich einen SCCM nutze, also den System Center Configuration Manager. Als erste praktikable Version für die Aufnahme von neuen Clients hatten wir jetzt das Auto-Pilot. Wenn es darum geht, dass man seine Bestandsrechner aufnehmen möchte, dann ist meiner Meinung nach der beste Weg ganz klar die Variante GPO. Dazu wird es auch noch ein eigenes Video geben, wie ihr eure Rechner mittels GPO ins Intune aufnehmen könnt. Das heißt, sobald das Video veröffentlicht wurde, findet ihr auch das unten in der Videobeschreibung verlinkt. Zu guter Letzt gibt es noch Android als Geräteplattform, die wir mit Intune verwalten können. Auch hier gibt es wieder verschiedene Optionen. Das ist hier aufgesplittet einmal in die persönlichen Registrierungsmethoden, also Bring Your Own Device, ist hier wirklich als eigener Block dargestellt. Wir sehen hier die erste Option der Android Geräteadministrator. Immer wenn das dasteht, das könnt ihr vergessen. Der Android Geräteadministrator ist eine alte Verwaltungsmöglichkeit. Die wurde seit Android 5 ersetzt und ist seit Android 10 überhaupt nicht mehr im Betriebssystem enthalten. Also werden wir das im Enterprise-Umfeld eigentlich eh relativ selten sehen. Fahnen für uns ist all das, wo Android Enterprise dabei steht. Und hier sehen wir eben die einzige Bring Your Own Device-Möglichkeit für Android. Deckt sich wieder mit den anderen Betriebssystemen. Ist das Herunterladen der Unternehmensportal-App aus dem Google Play Store in dem Fall. Der User meldet sich mit seinem Konto an und erhält dann ein containerisiertes Arbeitsprofil, in das wir als Adminstern Apps verteilen können. Der private Bereich bleibt aber privat und den bekommen wir als Adminstern nicht zu sehen. Hier unten sind dann die Registrierungsmethoden für Unternehmen. Das heißt unternehmenseigene Geräte, die dem User nicht selbst gehören und die komplett verwaltet werden. Beginnt hier mit dem Android Open Source Project und dem Android Geräteadministrator. Das eben beides Optionen, die im Unternehmensumfeld eher seltener zu sehen sein werden. Nur, dass ihr es mal gehört habt, man kann es verwalten mit Intune. Ich werde aber in diesem Video und in keiner zukünftigen Folge näher darauf eingehen. Schließlich hier auch ein kleiner Nischenfall. Android Geräte vom Hersteller Zebra. Die stellen beispielsweise Handscanner her, die auf Android basieren. Die kann ich mit Intune verwalten. Die spannendsten Optionen sind die drei untersten. Begonnen mit Android Enterprise Dedicated. Das sind Single-Use Kiosk-Devices. Das heißt, da läuft eine App drauf, vielleicht auch zwei. Ist aber keinem User zugeordnet. Das Gerät steht vielleicht irgendwo aus und da können eben diese Apps benutzt werden. Die typische Option für Firmengeräte, sage ich jetzt mal, ist das vollständig verwaltete Android Enterprise. Das heißt, das Gerät ist komplett unter der Verwaltung der Admins. Es gibt keinen privaten Bereich. Es ist alles als geschäftlich definiert. Ich kann den User vielleicht, wenn ich das erlaube, auch eigene Apps installieren lassen. Per Definition ist es aber eigentlich so, dass es wirklich als ein Business-Only-Gerät zu sehen ist. Schließlich die dritte Option, das unternehmenseigene Gerät mit einem Arbeitsprofil. Das bisschen das Pendant eben zu dem vollständig verwalteten Gerät. Das Gerät mit dem Arbeitsprofil, das gehört der Firma, aber ich gebe dem User die Freiheit, eigene Apps zu installieren, indem ich nochmal Privates und Geschäftliches trenne und containerisiere, obwohl das Gerät eigentlich komplett der Firma gehört. Dies soll euch mal als grober Überblick dazu dienen, welche Betriebssysteme ihr mit Intune verwalten könnt und welche Möglichkeiten ihr dafür habt. Wie gesagt, die gängigsten Optionen werden in Zukunft noch hier als eigene Videos behandelt. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, drückt jetzt auf das Abonnieren und aktiviert die Glocke. Zu guter Letzt würde mich auch sehr interessieren, welche Geräte ihr bei euch im Unternehmen im Einsatz habt, wie ihr die verwaltet und ob euch bei Intune vielleicht einige Features fehlen, die ihr euch wünschen würdet. Ich freue mich auf euer Feedback und bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.